Jaaa! Jaaa! Kannst du Hausdienst und alle Steckdosen... Ah, Mann! Was tut denn, Alter? Schaff! Warum musst du denn so schreien? Der Schreie war viel schlimmer. Wir haben nur ein Ziel und dieses Ziel heißt Koppel! Hage! Koppel! Hage! 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 Let's go! Von Butterberger zu Arschberger! Ey, Jusevo! Das ist Kacke. Das können wir nicht machen! Willst du mich grad verarschen? Du bist mir reingefahren, du hättest eigentlich vorfahren oder? Ja, war meine Schuld. Weil wir sind jetzt schon... Warte, sind wir nicht schon... Ah! Oh shit, Mann! Sind wir nicht schon...